Ein Moment der Erleichterung nach 16 Tagen Geiselhaft. Noch in der Nacht wurden Joshevet Levschitz und Nourit Kuper in ein Krankenhaus in Tel Aviv gebracht. Am Morgen erzählt Joshevet Levschitz, man habe sie auf ein Motorrad gelegt, durch Tunnel geführt, mit Stöcken geschlagen und immer bewacht. Ich bin durch die Hölle gegangen, eine die ich mir nicht hätte vorstellen können. Meine Mutter hofft, dass all die anderen Menschen, die mit ihr gefangen waren, auch zurückkommen. Es ist erst vorbei, wenn alle wieder da sind. Meine Mutter sagt, dass sie sehr freundlich zu ihnen waren, und dass sie ihnen gebeten, dass sie die Medizine gebeten. Sie wurden gebeten Medizine, und sie wurden behandelt. Ein von den Menschen, mit ihnen, hatte sie schlecht verletzt, von einem Motorrad accident, auf der Weg. Und der Paramedic war nach seinen Wunnen. Er wurde gebeten Medizine und Antibiotika gebeten. Die Menschen waren freundlich, dass sie das Ort sehr verletzt haben. Sie waren sehr interessiert über sie. Die Menschen waren sehr interessiert über sie.